Conti? Ja? Ich glaube, du hast was vergessen. Was denn? Schaufel. Hüschen. Ich dachte, ihr nehmt die mit. Nein. Wir haben jetzt keine Schaufel. Ahoja Landratten und herzlich willkommen zu Atlas. Die haben hier ein volles Dingi bemannt. Ich hoffe, wir fahren in den Weg. Ich muss jetzt sagen, wohin, oder? Und wir sind noch ein bisschen am Testen, wie man das Ding steuert. Das ist nämlich nicht so einfach, wenn man zu vielen Leuten hier unterwegs ist. Lass mal nach rechts drehen. Links, links und geradeaus. Das ist ziemlich zappelig, das Ding. Mit dem könnten wir theoretisch auch übers Meer fahren, über die hohe See. Lass mal umdrehen, links. Und zurück zu unserem Hafen da, dem kleinen Dock. Oder Plan. Noch ein paar Mal links. Ich mach irgendwie nichts mehr. Warte, mach immer. Abi, links. Ich hab ja rückwärts gemacht, da ich gissle. Läuft. Aber die Rafts wurden ein bisschen gebufft, das heißt, mit den Rafts sind wir jetzt schneller, ne? Ja. Also macht das mir jetzt wieder nichts. Ich hab immer nicht so richtig Lust. Vielleicht lassen wir das einfach hier stehen. Bevor wir jetzt ein Rieger fahren. Ja, hier steht's gut. Kann man das auch wieder andocken? Ja, ne? An unserem kleinen Hafen. Ja, theoretisch auch dann auf unser Boot. Und der Anker sitzt? Irgendwo? Glaub ich? Äh, hinten, glaub ich. Mal gucken, ob ich den sehe. Man kann auch ankern? Ja, da ist der Anker. Ja, man sieht ihn. Da unten. Man sieht das immer schlecht. Man muss ganz tief tauchen, dass man da unter Wasser gescheit sehen kann. Man treibt immer wieder nach oben. Und wir gehen heute Honig holen. Ist das richtig? Ja. Da müssen wir noch eins eben kurz bauen. Wir haben gar keinen Raft mehr, die sind alle verloren gegangen. Ich hab's gelernt. Mal gucken. Ja, da baust du eben eins und zeig ich eben Nigel, wo Metall ist. Da fährt ein Dreier. Da sollten wir nicht lieber auf Ozeen spawnen und ein neues dort bauen. Das dauert doch ewig, bis wir da... Ach nee, wir sind in der Luft da. Stimmt, wir haben nur noch eins. Okay. Dann können wir unser Zeug her... Ich werde noch mein Zeug reparieren. Halt, Watt und... Okay, wir holen ein bisschen Metall so lange. Wir gucken uns mal an, wo es hier Metallvorkommen gibt. So. Ping ist gerade wieder ziemlich mies. Zumindestens habe ich ein bisschen... Rubberbanding und so ein Zeug. Denkt dran, vorher was zu trinken. Kann doch einer diese Kanne herstellen? Mein ist weg. Man kann auch Wasserkannen und so jetzt bei den Dings auffüllen oder soll man bei Patch 10. An diesen Quellen, die man ausbuddelt. Ja. Oh, da ist eine Rattlesnake hinter dir her. Rattelschlange. Oh. Deine Pfeile hauen ganz schön rein. Lass sie weg. Ähm. Ich glaube, sie ist down. Nice. Das Ding, das haut gut rein. Das funktioniert. Erstmal nachladen. Gib mir eine Sekunde. Öh. Daneben. Wie viel bringt denn das, wenn man das richtig macht? Wie viel Zeit? Man weiß es nicht. Oh. Da muss ich noch ein bisschen üben. Hat die Schlange irgendwas für uns? Ähm. Chitin, glaube ich. Scales. Schuppen. Ja, das ist Chitin. Okay. Schuppen sind Chitin. Keratin wahrscheinlich. Menschen. Das sind die, die hier die Steuern erheben, oder? Äh. Gleich abknallen. Ja. Aber sie haben schon runtergesetzt auf 15 Prozent, nicht mal auf 30. Okay. Ich habe, glaube ich, wieder ein Disco. Hier in der Ecke? Ja, der hier. Da ist so ein Stein. Ja. Da kannst du mit H drauf gucken. Und, ah, da kommt nur Silber raus. Das ist ja cool. Ja. Nehmen wir mit. Das müsste eigentlich immer irgendwer ernten, der... Oh, ich kann nicht mehr laufen. Wie viel kann man davon tragen? Gib was ab. Das müsste immer jemand ernten, der das geskillt hat, dass er mehr rausbekommt, ne? Hm, ich weiß nicht, ob das auch zählt zum Hand ernten. Du musst noch mehr abgeben. So geht's. Dann gibt's noch einen Spot. Mehr kann man aber nicht tragen, ne? Oh, ich hab... Ein bisschen kann ich noch. Okay. Aber Achtung, aah. Binne. Binne. Die bauen da ein Riesenschiff, ey. Ja, ich glaube, das ist Galeone. Ja, ich glaube auch. Ich hab schon geschaut vorhin. Ähm. Oh, das wird, glaube ich... Vielleicht, ich glaube, der eine ist zugebaut worden. Der eine mit Teilstein. Oh je. Also, die gibt's auch überall, diese schwarzen Dinger. Mhm. Ja, die sind halt ein bisschen schwieriger zu sehen, aber... Ja. Hier war der. Da, wo jetzt das Haus steht, hier. Okay. Alter, ist das ein Riesenhaus. Okay, die sind da auch gar nicht mehr zufrieden, dass sie da gebaut haben. Kann man gar nicht lesen. Der hat auch ein Schild hingestellt, hier. Hm. Ja, da gibt's wieder Landstreitigkeiten. Ich hab wieder ein Disco. Ja, es ist halt das Problem, dass hier eben der Metall-Spawn auch zum Beispiel war. Ja. Das werden wir einen rüberfahren. Wenn wir jetzt so eine N11-Karte auspacken, zeigt uns das dann, wo wir hin müssen, auf welche Insel? Ja, du siehst das, äh... Ungefähr welche Insel. Du musst das natürlich an der Vormerk hin. XB, ey. Ey, Thomas, ey. Ey, XB. What? Das ist Insider. Ach so. Das ist deren Begrüßungsritual. Wow. Ey, XB, ey, ey, ey. Äh, Conti, ich hab übrigens hier am Pavillon jetzt auch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs kleine Bäumchen. Da brauchst du keine Steuern zahlen. Sechs kleine Bäumchen, ey, 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 ey. Es sind Zwiebeln. Yeah. Zwiebeln. Ja, bei mir hinterm Pavillon wachsen Zwiebeln. Wie geil ist das denn? Ja, die ist, äh, im Nordwest, äh, äh, ich hab die Karte jetzt auf dem anderen links auf, wie das aussieht, also, wie die du auch schon mal gezeigt hast im Video. Rot kann man, erhält zwar deinen Umkreis, aber von weitem sollte man Rot nicht sehen können, nicht so gut sehen können, die andere Farbe. Ne, blau. Ne. Blau ist im Zustand keine Farbe. Ziemlich gut. Blau, deshalb ist ja auch, gibt's ja auch Blaulicht und kein, kein Rotlicht auf den. Ich hab mal die Zwiebeln in den Sack getan. Ach, wir brauchen ja zwei Rafts, ne? Äh, willst du nicht auf Ari warten? Äh, können wir nicht. Warum nicht? Da muss einer wieder schwimmen. Wow, ist das schnell. Sind doch nur drei? Ja. Ja. Ich denke, Dreimon dreht so und trägt so einen Teil. Wir sind doch auf vier. Aber wir sind vier. In X-Blip sogar sechs. Ach so. Ne, fünf. X-Blip spielt ja nicht, oder? X-Blip wartet bis es funktioniert. Ist das ein neues Raft? Wo sind denn unsere alten geblieben? Das Neustar mal mit seinen Servern um dir gekommen. Neeeee. Das dauert nicht. Geil sind. Dings, wir müssen noch mehr schon starten. Ich sehe euch wegschüppern. Schätze. Wo? Und vorbeigeschwommen. Oh, leck. Treasure Map. Habt ihr hier einen Außenborder eingebaut? Wieso ist denn das Ding so schnell? Die sind jetzt neuerdings so schnell. Ich hab ne grüner. Mit 609 Gold. Nice. 11, 14. Oh, das ist ein Stück. So, in welche Richtung ist man denn? Meine ist N11. Ja, passt doch. Hier. Vielleicht finden wir das ja. Kannst du da rausschmeißen. Vielleicht findet's Ari. Ne, so ein... Äh, vielleicht ist es ja hier. Warte mal, stopp. Stopp. Pack mal in den Schrank. Ja. Ich guck grad. Also man muss die ganzen Inseln einfach abchecken und die Maße vergleichen, ob das möglicherweise irgendwo hier ist, ne? Ja, Maße, äh, Maße. Ähm. Okay, die Insel ist sogar noch vor der anderen. Ach, du hast schon die gesamte Karte erkundet, oder wie? Äh, nein. Also die gesamten Server? Nein. Nein? Woher weißt du, wo das ist? Ich hab... Ich hab das rechts... Äh, links am anderen Bildschirm aufkarten. Karten. Achso, okay, du... Du spickst. Ja. Sehr gut. Dann wissen wir wenigstens Bescheid. Mann, sind die schnell. Das ist ja nicht mehr normal. Ja, und wir sind jetzt hier mit dem Raft unterwegs, weil wir mit dem Raft nicht angegriffen werden. Und wenn wir mit dem Schiff fahren, dann werden wir wieder versenkt, ne? Ja. Versenken. Glaub ich, haben wir das auch. Haben wir denn nicht zwei Floße gemacht? Gute Nacht, mach ich das. Ja, das... Äh, Ari kann ja sowas ausbauen, soweit wir ein bisschen... Wir wenden. Was, wir wenden? Ähm, sag mal Bescheid, wenn du anhältst, dann join ich schnell. Ja, jetzt. Thomas hat schon ein ganz wettergekerbtes Gesicht. So, und das heißen... Bin ich alt. Wie alt sind wir denn jetzt? Mein Schar ist jetzt 50. Boah, ich bin auch schon 50. Alter, schweig. Ich bin 52. 49, ich bin jünger, gebt ihn. Die Zeit vergeht. Ja, dat war's wohl, ne? War schön mit euch. Schön mit euch. So ist das. I was here. Schrecken der Meere war da. Nice. Ja, jetzt segeln wir hier mal gemütlich vor uns hin. Mal gucken, was da noch so kommt. Wo sind wir denn jetzt? Wissen wir, wo wir hinwollen? Ja, Conti weiß das. Ja. Okay. Man sieht auch schon die erste Insel wieder. Oh, Blut. Und? Blut! Wo ist die erste Insel? Rechts von Blut. Okay. Cool. Muss ich anhalten? Ja. Also. Sicherer, oder? Und? Bisschen kannst du noch. Jump. Okay, jetzt stopp, stopp. Musik. Das muss ein großer Schatz sein, wenn wir schon tolle Musik hören. Was sind da so drin? Ein Bierkrug, voll gut. Gold Coins? Ein Akkordeon? So. Das ist das Blutchen. Ja, Noten für irgendwie Musikstücke oder was. Ja, da kannst du, da kannst du buffen mit. Kannst du dich drauf skillen und deine Kameraden, glaube ich, buffen. Nice. Alle wieder an Bord? Jo. Das ist ja cool. Ey, mal ein Schluck Bier trinken. Hopp, hopp. Ihr steuert, oder? Ja, ja. Gluck, gluck. Hopp, hopp. Oh. Ähm. Ihr habt irgendwie. Oh. Blub passt irgendwie. Ist das Ruff wirklich so schräg, oder kommt mir das nur so vor? Conti steht auch ziemlich schief da. Also mal so. Ja, wir sind leicht angetrunken. Okay. Wir halten mehr aus. Und wir machen mehr Schaden. Alles klar. Nicht schlecht. Das ist ja auch und trinkt was. Den Rest kann ich nicht lesen. Das ist, keine Ahnung, das sind 20 Zeilen oder noch mehr. Buff. Ist scheinbar ganz gut, so ein Bier. Jetzt sehe ich auch wieder halbwegs normal. Das hätte ich nicht verschwenden sollen. Das ist ein echt guter Buff. Aber wir sind ja kriegerisch sowieso nicht so aktiv, ne? Wow. Ich bin heute schon durch 5 durchgefahren, oder wie viel war das? Um was? Ja. Also die haben dreimal so viel HP wie unser Raft. Das ist ja nicht so viel, oder? Die haben auch 100 Mal so viele Kanonen wie wir. Okay. Ne, sogar mehr als 100 Mal. Da haben wir nämlich ja keine. Yeah. Machen die dann die Luken auf und schießen, oder wie? Ja, die würden dann jetzt schon auf uns schießen, wenn die aggressiv sind, also. Ja, ich sehe nämlich keine Kanonen. Die haben sie versteckt. So, ich gehe dann mal von Bord, ne? Ich habe auch gedämmt. Nein, Conti über Bord. Ja, ich steppe jetzt. Na, irgendwer muss ja die Haie füttern. Nein, Conti, nein. Sagst du dann Bescheid, wenn du dich anhalten soll? Ja, merkst du erstmal, muss der Haie kommen. Na, komm schon, Haie. Huhu. Wäre nett, wenn du jetzt anhalten. Kann weitergehen. Conti? Ja? Ich glaube, du hast was vergessen. Was denn? Schaufel. Hüschen. Ich dachte, ihr nehmt die mit. Nein. Wir haben jetzt keine Schaufel. Vielleicht können wir irgendwo eine Schaufel kaufen. Hat das jemand gelernt? Ich hätte noch. Oder warum? Schaufel. Ich dachte, du hast die immer mit, weil du das eben sagtest. Nee. Ich muss nicht immer entscheiden, entweder Schaufel oder Speer. Dann sind wir jetzt auf Schatzsuche ohne Schaufel. Er sagt, hey, unten, man hört im Hintergrund die Katze. Komischer Hai. Toll Katzenhai. Tiger, Tigerhai. Heilige Birma. Ja, hier ist irgendwo der Schatz. Das sieht ja auch cool aus, was die gebaut haben. Kurz an Land. Wir sind noch Matze nachholen und so. Wir haben da so einen Steg oben an den Felsen geklemmt. Das sieht ja komisch aus. Oh, da sind wir. Entschuldigung. Intruder 2. Ähm, habt ihr? Was haben wir? Okay, es müsste ungefähr mittig sein. Also, was die Karte anzeigt. Aber wir müssen ja eh erst einmal. Schaufel bauen. Ja. Kalinolos. Ähm, ich komme an, Schlange. Oh. Oh, jetzt kleine Schlange. Kleine Schlange. Gut gemacht, wir brauchen nämlich Leder. Tode Schlange. Was brauchen wir noch? Holz? Nee, äh, Schlangen geben kein Leder. Äh, kein Leder. Die geben nur Hittin. Geil. Was machen wir denn? Holz und Fetch wahrscheinlich? Ein bisschen Stein? Ich gucken. Ich organisere mal Holz und Fetch. 30 Prozent wollen die hier die Hals abschneiden. Ari, kannst du die Smithy bauen? Ari ist nicht da. Achso. Ari kann hier jetzt den Reißen. Und X wird bis auch nicht da. Oh, so hat nicht viele Punkte vergeben. Basics. Construction. Tool Studies? Ähm, du musst Base. Äh, Advanced Tools. Bei Basic, äh, bei Survivalism. Tools of the Trade ist das. Und da muss man dann runter zu Advanced Tools. Nicht Advanced. Du brauchst nur so Tools. Aber Advanced Tools gibt mir die Smithy. Also, ja, normal Advanced Tools, ja. Aus Basic. Construction braucht man gar nicht, alles klar. Tools of the Trade, ja, und dann einfach nur Advanced Tools, dann hast du die Smithy. Jawoll. Jetzt muss ich wieder alles equipen. Immer beim Respeten. Ja, das ist immer blöd. Ja, ich suche einen Platz. So, lass uns mal zum Boot gehen, dann können wir das da gleich drauf craften. Jo. Die haben eine Wildsau eingesperrt. Das macht nie mit der. Zähne. Hm. Okay. Vielleicht. Oh, ich höre eine Schlange. Ich glaube, ich wurde gebissen. Ich wurde gebissen. Oh nein. So schlimm. So schlimm. Die musst du zurückbeißen. Gegen Glück, wo ist der Medizin, Mann? Gestorben. Ich hoffe mal, ich schlafe nicht ein, während ich zum Raft schwimme, aber es sieht gut aus. Wenn du nur einmal gebissen wurdest, solltest du eigentlich gehen. Ja. Steigt noch nicht mehr. Thomas, Kreuzschnitt, aussaugen. Nee, saugen kann er schön alleine. Okay. So, weil wir auch da waren, ein Zeichen, da ist die Schlange. Du? Nee. Haben wir noch Stein? Ich habe alles zu jetzt reingepackt. Wie viele Steine brauchst du noch? Ich baue noch Heid. Ich habe alles. Passt. Heid. Das ist auch Heid. Das ist auch Heid. Das habe ich alles, ne? Noch ein bisschen Heid. Da ist noch 22. Passt. Crafting. Dann stellen wir das Ding hin, dann brauchen wir noch Schaufelressourcen, ne? Soll ich das hinstellen neben den Schrank? Ja. Oder ins Heck? Ins Heck. Ist egal. Am besten nicht vorsegel. Dann stellst du das Ganze ans Heck, ne? Am besten nicht vorsegel. Hm. Macht Sinn. Schaufel incoming. Dann können wir endlich unsere Mission starten. Das sind die Ressourcen hier, oder? Ich wollte die verlieren. In den Schrank. In den Schrank. Einfach in den Schrank. Und ein paar Beeren essen. So. Jo. Auf geht's. Wieso kann ich die Schaufel nicht equippen? Weil du ein Speer dabei hast. Achso, also das ist immer noch so, dass man die Schaufel nicht equippen kann, weil man ein Speer dabei hat. Ja. Dann ist der Speer dieses Buggy-Ding, was man nur einzeln equippen kann. Ein so ein... Wie soll ich sagen, ein langes Ding? So, ich hab jetzt die Karte. Oh, 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 oh. Nigel, das muss ich dir zeigen. Hat sich die Karte geändert, oder? Ja. Yeah. Das hat nichts mit der Karte zu tun, aber mit der Ansicht. Achso. Warte. Ich seh nix. Du guckst auf ein leeres Blatt Papier. Ja. So, und jetzt... Und jetzt halt mal in der Hand und jetzt dreh dich mal um zu unserer Fahne, die... Ja. Das ist schon zu sehen. Jo, also wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Insel und wir müssen an die Bucht... Und da ist er down. Ist das aber down? Vielleicht willst du ja auch mal gucken, jetzt ist deine Chance, die Karte zu klaren. Gleich looten. Äh, ich hab... Ah, ich hab... Ah, ich hab... Ah, ich hab noch die Untoten. Okay. Hier ist ein Spawnstrahl und... Ich hab nur Schaufel. Ja. What? Schaffen wir die? Boxen. Totboxen. Ja, die gehen nicht. Oh, ich bin jetzt raus. Ähm, ich muss kurz warten, bis es später funktioniert. Ich hab grad die Schaufel gekübt. Ich hab keinen Speer mehr. Ich wusste nicht, dass das so fies wird. Ich boxe ihn grad tot. Okay, das geht ja easy. Ich hab so einen Fettsack hier. Okay, machen wir den Fettsack zu Ende. Das ist der... Das ist der Boss. Die Boss stirbt jetzt. Das ist der... Pieks ihn. Pieks ihn. Ich bin gleich tot. Nein. Conti. Der ist nicht so nett. Ich seh nicht viel, aber ich glaub, wir pieksen. Ja, er stirbt gleich. Ich bin müde. Ich muss erst schlafen. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Okay, der hier ist friedlich, oder? Ja. Ich log irgendwie immer die Rekordkunden an. Hier, ihr müsst hier... Ja, hier. Ihr müsst hier buddeln. Ne, buddeln. Ne, 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 ne. Mehr hat sie schaufelt. Und dann wer hat sie schaufelt. Buddeln. Hey, was? Guck, oh, oh. Vier Sekunden. Mehr hat sie schaufelt. Genau hier. Ja. Buddeln. Buddeln. Schaufel es. Auf projet, nach unten, gucken und buddeln. Du schaffst das. Sandstone. Seid ihr sicher, dass ich einfach hier rumbuddeln? Hast du einen Strahl oder sowas? Ja, ich sehe hier einen roten Strahl. Okay, mach du das mal. Ich schmeiße dir mal die Schaufel raus. Wir müssen dann noch einen Schatz machen. Komm mal, da kommt er. Kondi, ihr findet was. Yeah. Ich bin weg. Hast du alles bekommen? Ja. Blueprint. Ich lege es am besten in den Schrank bei uns. Ja, wir haben Blueprint. Und es gibt auch richtig gut XP scheinbar. Ja, sind schon wieder Level-ups. Ich habe zwei Level-ups dafür bekommen. Was? Ich muss mal eben kurz ein bisschen warten, damit ich wieder HP-Regel überschwimmen kann. Alles klar. Läuft. Läuft. Ja, ich war wirklich kurz vor T-Rot. Ich hatte nur noch ein Leben oder so. Ich habe die ganze Zeit geboxt. Die haben irgendwelche Sachen gedroppt. Haben wir alle was bekommen? Schon, oder? Also, ich habe nichts bekommen. Ich habe alles mögliche Zeug im Inventar. Ach doch. Das kommt. Doch. Ich habe Münzen. 51. Ich habe Blueprints. Zum Beispiel für eine Fine Metal Seagal. Ich habe für eine Clothespants. Fine Clothespants. Und Fine Platepants. Das wurde alles aufgeteilt. Für einen Tier-2-Sattel. Ich habe eine grüne Flinte. Boah. Ich glaube, wir sollten wieder zurück, oder? Oder wir machen erst noch den nächsten Schatz. Ja. So ein Fein-Club. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, so ein Schläger. Und Honig machen wir morgen. Ja, ich denke auch. Das dauert zu lange, oder? Lass wir noch einen Schatz machen. Die lohnen sich. Die ist doch Nachbarinsel noch ein Schatz, oder? Ja. Genau, dahin wollte ich gerade. Wenn man zwei Levels dafür bekommen, das löse ich auf jeden Fall. Das ist doch noch ein Schatz.